Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 6. Januar. Ein ausgedehntes Hohe ist trocken. Um 23.15 Uhr sind wir wieder Sie da. Dann wieder hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Warum die Ohnmacht der Behörden im Fall Amri, warum die den Attentäter nicht stoppen konnten. Außerdem der neue ARD Deutschland-Trend. Die Mehrheit hat keine Angst vor Terror. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.